servus leute heute zweite teil von meiner ausrüstung herbst winter frühjahr 2022 2023 heute werde ich euch mal so meine messer wo ich gern dabei habe meine werkzeuge kurz zeigen kurz vorstellen und wenn es interessiert dran bleiben so dann fangen wir mal an fangen wir mal mit die sägen an hier eine kleine klappsäge habe ich mir jetzt neu zugelegt ist eigentlich ein richtig geiles teil sägt hält auch lang die schärfe ob frisch ob totholz man kommt ruckzuck durch marke agt denke ich mal sagt jetzt keinem was mir selber auch nicht gedacht ich probiere mal so eine aus und bin eigentlich sehr zufrieden damit gibt es bei austrian tactical ja wer interesse hat wer sich dort mal umschauen will bei mir melden ich gebe euch ein rabattcode und ja also das ist einmal die säge wo ich in letzter zeit sehr oft dabei habe und hier meine backup säge von fiskars ja jetzt werden viele schreien die gab es doch im lidl ja die gab es im lidl aber ich finde sie richtig geil man sieht auch gut hält lang die schärfe und nicht so ein rad da kann man die klinge fest drehen das klappt nichts ist die klinge fest dann dreht man das gerade auf die klinge rausfahren fest drehen und es hebt also müssen noch nie passiert dass irgendwie die klinge dann rein gerutscht ist oder so sägeblatt nicht die klinge sägeblatt und man sieht die ist sehr viel benutzt schauen super teil für kleinere sachen und habe ich eigentlich immer als backup säge dabei kann sie sich auch schön an rucksack irgendwo hängen klein handlich praktisch gut okay es waren die sägen hier viele werden es kennen mein backup messer es ist das böckerl giant aus der magnum serie habe ich schon video drüber gemacht setze ich euch oben mal rein schaut euch an mein backup messer immer am rucksack dran immer und ja klein handlich ich finde es echt gelungen auch vom design her ziemlich schwer wie gesagt schaut euch das video an das ist mein backup messer das habe ich jetzt seit ungefähr anderthalb jahren dabei und ja ständiger begleiter so dann hier die neue axt weil von netfoss survival axt bushcraft axt habe ich erst vorgestellt video oben in der info leiste geht jetzt bei mir in langzeittest und klein handlich mal schauen wie sie sich schlägt ok so jetzt hier mein lieblings messer grad das bushcraft messer von aubi habe ich auch schon video dazu gemacht dass ihr euch auch in die infobox rein ja ich mag das messer einfach es ist es ist robust es ist einfach schön holzgriff d2 stahl für alle arbeiten zu gebrauchen ob feinarbeiten oder auch grübere arbeiten macht alles mit und ja bin sehr begeistert von dem messer das wird jetzt aber erst mal ausgetauscht gegen das messer von sk white ones habe ich ja jetzt erst vorgestellt das video auch noch mal oben rein feuerstahl dabei ein schleifstein ist dabei dann habe ich noch da habe ich jetzt so aber nicht dabei wie gesagt feuerstahl kitex scheide und das messer einwandfrei hat sich vorgestellt es geht jetzt bei mir in langzeittest also das heißt ich werde es jetzt eigentlich fast immer dabei haben auch privat wenn ich irgendwie draußen bin wo ich jetzt nicht gerade irgendwie film oder so ist bei mir jetzt oder geht jetzt in langzeittest und ich werde euch auf jeden fall berichten wobei ich mir da keine sorgen mache dass es irgendwo wenn ich jetzt mal abkackt das ist das sk white ones das setze ich euch alles was ich euch jetzt gezeigt habe verlinke ich euch unten in der infobox könnt ihr gerne nachschauen könnt euch selber mal anschauen ja wie gesagt auch die anderen sachen rucksäcke und so ich setze alles unten rein was ich bis jetzt gezeigt habe von meiner ausrüstung hinten haben wir noch tag lockt wer es nicht so mag ich habe mir jetzt den denkler gekauft denn wo man aber auch an die meiste kitex scheiden befestigen kann und ja das war es zu meinem messer wo ich momentan dabei habe ich habe ein bisschen werkzeug achst sägen was ich gerade so benutze und wenn euch das video gefallen hat lasst mir einen daumen da lasst mir ein abo da und ich sage servus und ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal